Oh mein Gott Leute, gestern ist etwas Unglaubliches passiert und ihr habt es bereits im Titel gelesen. Bushido hat auf mein Video reagiert. Aber fangen wir einmal von vorne an und erklären einmal genau wie es dazu kam. Ich glaube das hat wirklich jeder mitbekommen, weil man in den letzten drei Tagen keinen Bogen um dieses Thema machen konnte. Bushido hat vor knapp drei Tagen ein Musikvideo hochgeladen namens Papa, welches ich glaube sämtliche Rekorde gebrochen hat, die man brechen kann. Innerhalb von drei Tagen drei Millionen Aufrufe, zwei Tage auf Platz eins der YouTube Trends. Dass das Lied Goldstatus erreicht ist glaube ich keine Frage mehr. Überall haben Leute auf dieses Video reagiert und auch ich konnte nicht anders und musste auf dieses Video reagieren und das sah in etwa so aus. Oh Gott, ich hab gerne gedacht. Ich weiß, dass jeder das alles mitbekommt, auch wenn ich versuche euch ganz zu hindern. Ich weiß, ihr hört es von den anderen Kindern, hört es von den anderen Eltern, wenn sie reden, auf dem Spiel, dass andere Papas tragen. Keine Jogginghosen oder Sneakers. Warum machen alle Leute mit Papa ein Wodeln? Der ist doch nur mein Papa, nur nur meiner. Ich mag dich so gern. Ich kann nicht schlafen ohne dich. Aber wo bist du denn? Bist du schon wieder ins Studio? Boah, fuck, Alter. Wo bist du ohne dich? Kannst du nicht schlafen? Ich liebe dich zu sein, du bist mein Einer und Alles. Boah, shit. Das ist echt heftig. Boah, ist heute schon wieder warm, was ist hier los, Alter? Oh, nee. Ich glaube wirklich, dass er ein sehr emotionaler, sehr leidenschaftlicher Familienvater ist und das, was wir da sehen, das ist, äh, ganz ehrlich, was soll man dazu noch sagen? Was soll man dazu noch sagen? Es ist ein unglaubliches Video geworden. Als ich das Video fertig geschnitten habe und hochladen wollte, bekam ich natürlich einen Copyright Strike, weil ich das Video in voller Länge in meinem Video drin hatte, weil ich ja auch in voller Länge darauf reagieren wollte. Bei vielen anderen YouTubern schien dem nicht der Fall zu sein, weshalb ich ein bisschen gefrustet war. Warum kriegen die anderen keinen Strike? Haben das komplette Lied drin? Warum kriege ich einen Strike? Haben das komplette Lied drin? Naja, wie dem auch sei, der Künstler soll respektiert werden und natürlich auch das Copyright des Künstlers. Da mir aber die Reaktion so unglaublich wichtig war und mir so extrem nahe ging, wollte ich nicht, dass dieses Video einfach nicht an die Öffentlichkeit gerät. Und zum Glück, wie sich später herausstellte, habe ich es so lange probiert, bis ich endlich keinen Strike Mal bekam. Das Ganze hat, ich glaube, sieben Anläufe gebraucht und verdammt, es sollte sich auszahlen. Ich relativ früh ins Bett gegangen, weil ich, glaube ich, zehn Stunden an diesem Video gearbeitet habe, wenn nicht sogar noch länger, mega aufgewühlt, weil der Song einfach so emotional war. Am nächsten Morgen aufgestanden und für meine Kanalverhältnisse mit den wenig Abonnenten, den wenig aufrufen, fand ich die 200 Klicks, die ich ungefähr hatte, innerhalb von sechs, sieben Stunden, ganz okay. Wenige Stunden nach dem Aufstehen habe ich mich dann das erste Mal seit langem wieder in einen Twitch-Livestream geschmissen und eins meiner Kindheitsspiele ausgepackt. Die Rede ist von Kingdom Hearts für PlayStation 2 und nach so drei, vier Spielstunden bekomme ich eine Nachricht in meinem Livestream und im Chat schreibt plötzlich jemand, wer kommt auch von Bushido, was ich erstmal nicht verstanden habe. Ich dachte mir so, naja gut, okay, mein Video ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen höher gerutscht, hat jetzt vielleicht 300, 400 Klicks und irgendjemand hat es gesehen und sagt, wer kommt auch von dem Bushido-Video, keine Ahnung. Kurz darauf schreibt eine ganz andere Person, krass Mann, Bushido hat dein Video retweetet. Und hier kommt nun meine Live-Reaktion, weil ich glücklicherweise genau in dem Moment im Livestream steckte, auf das, was mir im Chat geschrieben wurde und auf das, was ich da bei Twitter gesehen habe. Das war's für die Piraten. Jack! Also dann, mein Medaillon, Kleiner. Es sei denn, es ist dir wichtiger als ihr Leben. Oh mein Gott, ich hab einen Scheiß-Kommentar unter meinem YouTube-Video. Boah, ich komm grad nicht klar. Ich komm grad nicht klar, Alter, wenn das stimmt, das glaub ich nicht, Alter. Ich hab mir so viel Mühe gegeben bei diesem Video, das war so emotional für mich, Mann, ohne Scheiß. Haut ihr das bei Twitter raus, Mann? Oh, ey, ich komm nicht drauf klar, Mann. Bushido reagiert auf meinen Shit, Mann. Auf meine beschissene Reaktion auf sein Video. Man muss einfach mal davon ausgehen, dass er gerade in der Phase seines Lebens überhaupt keinen Nerv und keine Zeit hat, um sich jeden einzelnen Scheiß auf YouTube anzugucken, der mit seinem Album oder mit seinen Videos zu tun hat. Ich mein, der hat das krasseste Video, das muss man einfach nochmal sagen, der hat das krasseste Video seines Lebens rausgehauen. Ich könnte wetten, die Medien, andere Rapper, Freunde, Familie werden jetzt so viel schon wieder von ihm wollen und ihm so viele Props geben, dass es ein Wunder ist, dass er die Zeit überhaupt hatte. Ich vermute ja, weil er ungefähr in der Zeit auch bei Twitter veröffentlicht hat, dass er gerade im Flieger sitzt und irgendwie so zwei Stunden, drei Stunden Verspätung gab und die dann ewig auf dem Rollfeld standen, dass genau das mein Glück war, dass er die Zeit hatte, sich ein paar Videos auf YouTube anzugucken und zu sehen, dass Leute auf sein Papa-Video reagiert haben. Wie auch immer er auf mein Video gekommen ist, aber anscheinend habe ich ein ganz gutes Thumbnail abgeliefert und vielleicht war die Qualität des Videos auch gar nicht so schlecht, sodass er das Ding nicht nur retweetet hat, sondern im Endeffekt sogar mein offizielles YouTube-Video meine Reaktion auf seinen Song Papa kommentiert hat. Und zwar mit den Worten, danke dir und ja, es sind wirklich meine Kinder. Und da ist wieder dieser Moment, wo mir einfach die Worte fehlen. Und ja, ich hatte irgendwie ein Gefühl, dass dieses Video bestimmt gut ankommen wird, weil es einfach von Herzen kam, was ich da gemacht habe. Aber was mich noch mal überrascht, beziehungsweise was ich nie hätte für möglich gehalten, ist, dass der Künstler selbst auf meine Arbeit reagiert und mir dafür dankt. Ich meine, Leute, was gibt es Besseres? Ich bin so verdammt glücklich, weil das einfach eine dieser Momente ist, wo sich all die Arbeit bezahlt macht, wo man sagt so, Mann, fuck, Alter, ich bin doch auf dem richtigen Weg. Also nochmal, ich danke jedem von Herzen, der daran geglaubt hat, dass ich mit meinen Videos und die Ehre, die mir hier zu teilen wurde gestern, von Bushido persönlich, das kann man nicht in Worte fassen. Ich weiß nicht, was kann man da machen, ja? Auf jeden Fall weiß ich aber eine Sache, und das ist, euch wärmstens ans Herz zu legen, den 9. Juni 2017 ins Auge zu fassen. Denn wenn das so weitergeht, wie die paar Songs, die wir von seinem Album, was jetzt kommt, schon gehört haben, dann wird dieses Album unfassbar krank, Mann. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, und wenn ihr das wollt, mach ich auch eine Reaktion zum Album selbst. Ich freu mich mega drauf. Wenn ihr das Album vorbestellen wollt, dann schaut einfach mal unten in die Beschreibung, da werd ich natürlich sämtliche Links reinhauen. Allein der Papa-Song wär es mir schon wert, das Album zu kaufen. Meine Fresse, ich feier diesen Scheiß so, ey. Ich muss wirklich zugeben, Hut ab, das hab ich nicht erwartet, dass ein Künstler wie Bushido sich die Zeit nimmt, auf Fan-Videos zu reagieren, diese sogar zu supporten, diese zu kommentieren, zu teilen. Und das zeigt das, was ich im Video selbst schon gesagt hab. Ihm ist dieses Thema einfach so unglaublich wichtig. Und jetzt wissen wir auch, dass es ihn sehr wohl kümmert, was seine Fans darüber denken. Das ist einfach richtig, richtig, richtig stark. Das sag ich euch ganz ehrlich. Jetzt am Rande noch mal eine ziemlich witzige Zusatzinformation. Einer meiner besten Kumpels. Wir haben bereits das ein oder andere Video zusammengedreht. Und vor allem hatten wir letztens ein Video, wo wir momentane Rap-Trends analysiert haben. Das Witzige ist, dass einer unserer Rap-Trends, die wir in dem Video aufgegriffen haben, ein Austausch von Bushido und MO030 vorkam. Und mein Kollege hat da nicht ganz so gute Worte für den MO030 hingelegt. Und natürlich hab ich ihm gestern davon erzählt und schreib ihm so eine Nachricht. Ey, Bro, du wirst es nicht glauben, weil Bushido hat auf mein React-Video zu Bushido Papa reagiert. Und die Reaktion darauf muss ich euch einfach zeigen. Hier haben wir ihn. Ist auf jeden Fall krass, dass er das kommentiert oder auf Twitter und so, Alter. Ist echt heftig. Weil ihr gleich, weil ihr den gleichen Essig im Bart habt. Hey, der wird bestimmt einfach geguckt haben aus langer Weile und dann wird er dich gesehen haben so. Du sahst bestimmt sympathisch aus. Weil es gibt ja andere Reaktion-Videos, weißt du, genau, dass ich das anhört. Du hast das halt auch, du machst das ja auch gut, weißt du. Und jetzt kommt. Und ich hoffe nicht, dass er jetzt die anderen Videos sieht hier, wo so ein MO030, BÖ301. Ah, das war ja zu feierlich. So, natürlich möchte ich euch nicht vorenthalten, was damit gemeint ist. Schaut es euch einfach an. Hast du den Text geschrieben oder was? Gut, reicht. Du Wächter, Alter. So, also was muss man sagen? Ja, Papa Bushido. Papi Bushido, Alter. Was ich halt schade finde, dass dieser MO030 so... Bushido, Alter, wie bist du auf diesen Menschen gestoßen? Ich weiß gar nicht, was das ist, Alter. Der dich angestupst bei Facebook. Alle sagen das ja, brauche ich ja nicht erwähnen. Wem der sehr edelt in der Hook so und sagen, ja, 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 ja. Brauche ich nicht sagen, oder? Und dann sieht das auch aus wie so ein kleiner, schwuler Deutscher, der ihn auf übelsten... Das sieht aus wie eine Mischung aus Rien und eine Mischung aus Gucci Mane, Alter. Ich weiß nicht so, der macht ihn auf übelst, weiß ich nicht. Den kann man nicht ernst nehmen. Und wenn man sich dein Making-of-Video von diesem Lied reinzieht, so, dann sieht man mal, was das für ein waschlappend ist, Alter. Ja, zum Glück bin ich fein raus aus dem Schneider, weil er den Scheiß gesagt hat und nicht ich. Wir kämpfen um 1000 Abos für den Bier, Bro. Da gehen wir rein. Da gehen wir rein.